Schulze will Tempo von Unternehmen bei ausländischen Fachkräften. FDP glaubt an Einigung zu Haushalt. Und Prognose von IFO-Institut, Inflationsrate sinkt wohl weiter. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 1. Juli. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat Deutschlands Unternehmen ermahnt, sich aktiver um Fachkräfte aus dem Ausland zu bemühen. Da brauchen wir wirklich mehr Tempo, sagte Schulze im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Staat könne Türen öffnen, aber er könne nicht alles zentral finanzieren und die Fachkräfte in den Betrieben abliefern. Zum Auftakt der möglicherweise entscheidenden Woche im Koalitionsringen um den nächsten Haushalt zeigt sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr optimistisch. Auf die Frage, ob das Bündnis im Streit darüber zerbrechen werde, sagte er web.de, nein. Wir haben jetzt dreimal bewiesen, dass wir auch unter schwierigen Bedingungen einen Haushalt aufstellen können. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat sich unzufrieden darüber gezeigt, dass sie im neu gewählten Bundesvorstand die einzige Frau ist. Die Partei müsse nun tatsächlich schauen, wie wir das verbessern können, sagte Weidel auf dem AfD-Parteitag in Essen. Sie sei überzeugt, dass es fürs Klima besser ist, wenn mehr Frauen in einem Gremium sind, als nur eine, fügte sie hinzu. AfD-Mitglieder müssen aktuellen Gerichtsurteilen zufolge ihre Schusswaffen abgeben. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht entschieden. Mitglieder einer Partei, die im Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen steht, seien nach geltendem Waffenrecht als unzuverlässig einzustufen, befand das Gericht und wies die Klagen zweier AfD-Mitglieder ab. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund rechnet mit einem Investitionsbedarf von mindestens 8 Milliarden Euro pro Jahr für Klimaschutz und Klimaanpassung allein für die Kommunen. Klimaanpassung und Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif, sagte Hauptgeschäftsführer André Berghäger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Alle staatlichen Ebenen seien in der Pflicht. In der Industrie und in konsumnahen Bereichen haben laut dem IFO-Institut im Juni etwas weniger Unternehmen als im Vormonat Preiserhöhungen geplant. Daher dürfte die Inflationsrate ihren Rückgang langsam fortsetzen und im August erstmals seit März 2021 unter die 2-Prozent-Marke sinken, prognostizierte IFO-Konjunkturchef Timo Wollmashäuser. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, war 2023 jedes siebte Kind in Deutschland armutsgefährdet. Die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen ist jedoch leicht rückläufig. 2022 hatte sie bei 15 Prozent gelegen und 2023 bei 14 Prozent. Die Liebe der Bundesbürger zum Bargeld schwindet weiter. Im vergangenen Jahr wurden zwar immer noch 51 Prozent der Zahlvorgänge in Deutschland bar abgewickelt, wie die Bundesbank in einer umfragebasierten Studie berichtet. Das waren sieben Prozentpunkte weniger als bei der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2021. Die deutschen Obstbaubetriebe erwarten in diesem Sommer eine geringere Kirschenernte als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Wie das Statistische Bundesamt nach einer ersten Ernteschätzung zum Stichtag 10. Juni 2024 mitteilt, gehen die Betriebe für das Jahr 2024 von einer Gesamterntemenge für Süß- und Sauerkirschen von 41.100 Tonnen aus. Damit wird die Kirschenernte voraussichtlich 13,2 Prozent schlechter als im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2023. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel bedeckt, bei einer Tiefstemperatur von 13 Grad. Am Dienstag ist es überwiegend dicht bewölkt, aber es bleibt trocken, bei einer Höchsttemperatur von 15 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.